Wort zu halten, das gehört sich, finden wir, auch und erst recht in der Politik. Letztes Jahr hat die Weltgemeinschaft bekräftigt, wie Reiche den ärmsten Ländern helfen können und müssen. Die Reichen tragen jedes Jahr mit 0,7% ihres Nationaleinkommens zur Entwicklung der Ärmsten bei. Auch die Schweiz hat betont, wie gut sie diese 0,7%-Regel findet. Auf dem Papier. Denn bei den Taten hapert's. Aktuell ist wieder einmal Sparen angesagt. Der Bundesrat schwingt den Rotstift und setzt ihn dort an, wo er meint, es tut nicht weh. Bei der Entwicklungszusammenarbeit im Süden. Wir finden, es ist unerträglich, wenn eines der reichsten Länder der Welt ausgerechnet auf dem Buckel der Ärmsten spart. Denn unsere Hilfe wirkt. Hunger und Armut konnten in den letzten Jahren reduziert werden. Bei der Bildung, namentlich von Frauen, wurden enorme Fortschritte erzielt. Auch dank der Schweiz. Wollen wir wirklich auf halbem Weg stehen bleiben und Errungenschaften zunichte machen? Aber noch ist es nicht zu spät. Denn das letzte Wort hat jetzt das Parlament. Lasst uns die Schweizer Politik wecken. Hier zählt nicht nur jeder Rappen, sondern jede Unterschrift. Setzen Sie Ihren Namen unter den Weckruf gegen Hunger und Armut und fordern auch Sie eine Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit.